Application und Performance Management. Überwachung und Verwaltung der App-Leistung leicht gemacht. Anwendungen. Mit ihnen gewinnen und halten sie anspruchsvolle Kunden. Doch Kontrolle und Management komplexer, skalierbarer Apps sind nicht leicht. Niemand weiß das besser als Pete. Nein, das ist nicht Pete. Das ist Pete. Er kontrolliert hunderte verschiedene Apps und Systeme. Und CA Application Performance Management oder APM hilft ihm dabei. Pete kann damit Probleme in der App-Infrastruktur proaktiv erkennen und priorisieren, bevor sie die Customer Experience beeinträchtigen. CA APM 10 enthält zwei neue Innovationen. Teamcenter Perspectives und Teamcenter Timeline View. Perspectives vereinfacht die Darstellung der Netzwerktopologie, um Rollen- und Aufgabenbezogene Ansichten basierend auf Attributen wie Geografie oder Anwendungsebene zu erstellen. So kann Pete sehen, wie verschiedene Bereiche der Umgebung zusammenwirken. Timeline View lässt Pete die Zeit bis zum Punkt zurückdrehen, an dem das Problem zum ersten Mal aufgetreten ist. So kann er zur Problemquelle vordringen und das Problem in Echtzeit beheben. Mit CA APM fügen Pete und sein Team neue Anwendungen schnell, skalierbar und mit guter Qualität hinzu, reagieren auf Störungen und verbessern die Funktionalität, ohne jedes Mal einen Experten heranzuziehen. Apps bestimmen ihren Unternehmenserfolg. CA Application Performance Management holt aus ihren Apps das Beste heraus. Ihr Pete wird es Ihnen danken. STSMET